Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem YouTube-Kanal von blockchainwelt.de. Heute ein Video, auf das viele von euch auch bereits gewartet haben. Wir schauen uns endlich das Lightning Network in adäquater Länge an. Ich habe hier und da mal über Teile davon gesprochen in einzelnen anderen Videos, aber nie habe ich es wirklich in der Tiefe behandelt, wie ich es heute tun möchte. Hier eine kleine Übersicht, was wir uns anschauen. Erstens, was ist das Lightning Network und warum existiert es? Und wie funktioniert es? Ich werde dabei nicht zu technisch werden, da es sehr schnell sehr kompliziert wird. Wir schauen uns auch das Wachstum und die jüngsten Trends an, Wallets und Nodes. Ebenso wie verschiedene Lightning Anwendungen, sowie aktuelle und potenzielle Probleme und mögliche Lösungen. Das Video ist insgesamt recht lang. Ihr könnt aber natürlich die Kapitelfunktion von YouTube nutzen, um zu einzelnen Unterteilen direkt zu springen, falls euch nicht das Ganze interessiert. Los geht's mit dem Was und Warum des Lightning Netzwerks. Das Lightning Network wird in seinem White Paper wie folgt beschrieben. Es wird ein dezentrales System vorgeschlagen, bei dem Transaktionen über ein Netzwerk von Mikrozahlungskanälen, auch bekannt als Zahlungskanäle oder Transaktionskanäle, gesendet werden, deren Wertübertragung außerhalb der Blockchain erfolgt. Während das Bitcoin White Paper nur 9 Seiten lang ist, umfasst das Lightning White Paper ganze 59 Seiten. Es beginnt damit zu erklären, warum Lightning überhaupt notwendig ist. Das Problem der Skalierbarkeit der Blockchain. Jede Blockchain steht vor dem Trilemma der Skalierbarkeit, Dezentralisierung und Sicherheit. Es ist nicht möglich, alle drei Achsen auf einmal zu optimieren. Bitcoin hat die Entscheidung getroffen, die Dezentralisierung und Sicherheit zu optimieren. Denn diese Eigenschaften sind absolut entscheidend für Bitcoin, um ein zensurresistentes Netzwerk mit unveränderlichen Regeln und den geringstmöglichen Angriffsvektoren zu sein. Andere Kryptowährungen gehen hier andere Kompromisse ein. Das ist das grundlegende Problem. Kein Altcoin ist in jeder Hinsicht besser als Bitcoin. Sie optimieren nur andere Elemente und meiner Meinung nach hat Bitcoin die richtigen Kompromisse eingegangen. Aber welche sind das genau? Nun, einer von ihnen ist sicherlich die fehlende Skalierbarkeit. Eine Skalierung auf Milliarden von Nutzern auf der Basisschicht ist nicht möglich, ohne die Dezentralisierung und oder die Sicherheit zu kompromittieren. Und nicht nur das. Mit einer höheren Nutzung der Basisschicht steigen die Transaktionsgebühren, was kleine Zahlungen und insbesondere Micropayments unwirtschaftlich macht. Wenn jeder Knoten im Bitcoin-Netzwerk über jede einzelne Transaktion, die weltweit stattfindet, Bescheid wissen muss, kann dies die Fähigkeit des Netzwerkes, alle globalen Finanztransaktionen zu erfassen, erheblich einschränken. Es ist wünschenswert, alle Transaktionen so zu erfassen, dass die Dezentralität und Sicherheit, die das Netzwerk bietet, nicht beeinträchtigt werden. Eine Skalierungslösung ist unerlässlich, falls Bitcoin zum Mainstream-Tauschmittel werden sollte. Dabei wurden verschiedene Ideen diskutiert, aber das Lightning-Netzwerk ist eigentlich das einzige, was wirklich geblieben ist. Im White Paper wird die Grundidee auf eine sehr interessante und leicht verständliche Weise vorgestellt. Wenn ein Baum im Wald fällt und niemand in der Nähe ist, um es zu hören, macht der Baum dann ein Geräusch? Wenn niemand den Baum hört, spielt es keine Rolle, ob er ein Geräusch gemacht hat oder nicht. Ähnlich verhält es sich mit der Blockchain. Wenn sich nur zwei Teilnehmer für eine täglich wiederkehrende Transaktion interessieren, ist es nicht notwendig, dass alle anderen Knoten im Bitcoin-Netzwerk von dieser Transaktion wissen. Stattdessen ist es besser, nur das absolute Minimum an Informationen in der Blockchain zu haben. Indem man es aufschiebt, die ganze Welt über jede Transaktion zu informieren, ermöglicht man den Bitcoin-Nutzern, viele Transaktionen durchzuführen, ohne die Blockchain aufzublähen oder Vertrauen in eine zentralisierte Gegenpartei zu schaffen. Die Analogie, die man dazu häufig hört, ist eine Kaffee-Transaktion. Wenn ich in einem Pariser Café eine Tasse Kaffee kaufe, muss dann ein Fitnesstrainer in Los Angeles oder ein Comedian in Tokio von dieser Transaktion wissen, denn genauso funktioniert die Blockchain. Die Basisschicht von Bitcoin. Transaktionen werden öffentlich bekannt gegeben, sie werden gebroadcastet. Das bedeutet natürlich, dass eine Menge Informationen im Umlauf sind, wenn man alle Transaktionen der Welt einbezieht. Lightning hingegen ermöglicht Peer-to-Peer-Zahlungen, die außerhalb der Chain über Zahlungskanäle zwischen Einzelpersonen erfolgen. Sobald die beteiligten Parteien ihre Kanäle schließen, erfolgt eine abschließende Abrechnung auf der Blockchain, um letztendlich zu klären, wem was gehört. Aus diesem Grund wird das Lightning-Netzwerk auch als zweite Schicht bezeichnet, ähnlich wie Visa oder Mastercard, höhere Schichten über dem bestehenden Finanzsystem darstellen. Lightning kann Millionen von Transaktionen pro Sekunde bewältigen und die Transaktionen sind dabei fast kostenlos. Man zahlt den Bruchteil eines Cents, um sofort Geld in die ganze Welt zu schicken. Und das klingt wahnsinnig gut, oder? Also wie funktioniert es? Das Lightning-Network ist keine Blockchain, Sidechain oder ähnliches. Stattdessen ist es ein Peer-to-Peer-Mesh-Netzwerk, ein Netzwerk, in dem jeder Knoten gleichgestellt ist ohne zentrale Instanz, das Bitcoins Konsensregeln verwendet, um Transaktionen abzuschließen. Gehen wir mal eine Zahlung Schritt für Schritt durch. Ich möchte jemandem Geld schicken. Wir nennen ihn Bob, wie es jeder Informatiker in der Geschichte tun würde. Mein Name ist übrigens nicht Alice, aber lasst euch davon nicht verwirren. Um Bob Geld über das Lightning-Network zu schicken, müssen wir einen Zahlungskanal miteinander eröffnen. Dieser Zahlungskanal ist im Wesentlichen eine Multi-Signatur-Adresse, die vom Bitcoin-Netzwerk verwendet wird. Diese Multi-Sig-Adressen sind ziemlich faszinierend. Im Fall von Lightning sind es zwei von zwei Adressen, was bedeutet, dass beide beteiligten Personen eine Transaktion unterschreiben müssen, wenn sie Geld von dieser Adresse aus senden wollen. Ihr könnt euch das Ganze wie einen Tresor oder eine Schatzkiste vorstellen, zu der zwei Personen einen Schlüssel haben. Aber um die Kiste zu öffnen, müssen beide anwesend sein, denn beide Schlüssel sind notwendig. Um den Kanal mit Bob zu öffnen, muss ich auch die Finanzierungstransaktion, besser bekannt als Funding-Transaction, hinzufügen. Das heißt, ich gebe an, wie viel Liquidität oder wie viele Satoshis ich im Zahlungskanal haben möchte. Ich sende 100.000 Satoshis an die Multi-Sig-Adresse. An dieser Stelle gibt es ein paar Dinge zu beachten. Diese Funding-Transaction ist eine reguläre Transaktion auf der Blockchain, was bedeutet, dass Gebühren anfallen. Ich kann so viele Transaktionen mit den 100.000 Satoshis hin und her mit Bob schicken, wie ich möchte, und sie dabei so klein halten, wie ich will, für ein paar Satoshis oder sogar 0 Satoshis pro Transaktion. Es bedeutet auch, dass ich nicht in der Lage bin, mehr als die festgelegten 100.000 Satoshis an Bob zu schicken. Es gibt kein Kreditsystem oder etwas ähnliches. Der Zahlungskanal selbst behält dabei den Überblick über den Kontostand zwischen uns beiden. Im Moment habe ich 100.000 Satoshis im Kanal, was auch als Local Balance bezeichnet wird, während Bob 0 hat, was die Remote Balance ist. Wenn ich ihm 10.000 Satoshis schicke, hat er diese und ich habe noch 90.000 Satoshis. Das Senden von Bitcoin geschieht dabei durch das Erstellen einer Transaktion, die zwei Ausgänge hat. Ein Ausgang sind die 90.000 Satoshis, die ich mir quasi selbst schicke, und der andere sind die 10.000 Satoshis, die an Bob gehen. Ich unterschreibe diese Transaktion und sobald Bob sie unterschrieben hat, ist die Balance auf beiden Seiten angepasst. Eine wichtige Nebenbemerkung dazu, außer Bob und mir weiß niemand von dieser Transaktion. Es handelt sich um eine reine Peer-to-Peer-Transaktion, an der niemand sonst beteiligt ist. Wir werden später noch einmal darauf eingehen, wie Lightning die Privatsphäre verbessert. Wenn Bob und ich unseren Kanal schließen, haben wir den letzten Stand des Guthabens öffentlich auf der Blockchain abgerechnet. Wir sind also wieder auf der Basisschicht. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, wie das Ganze funktioniert, wirkt es wirklich praktisch? Ich meine, um Transaktionen durchzuführen, muss ich einen Zahlungskanal eröffnen, muss dafür eine Fee bezahlen, muss auf die Block-Confirmations warten. Also insgesamt wirkt das Ganze weder schnell noch günstig. Aber es steckt mehr dahinter. Genau wie bei Bitcoin schlagen die Netzwerkeffekte zu. Denn richtig interessant wird es erst, wenn man Satoshis an jemanden schicken will, mit dem man keinen Kanal hat. Denn möglicherweise hat einer der Leute, mit denen man einen Kanal hat, einen weiteren Kanal zu der gewünschten Person. Man nutzt also einen seiner Peers, der einen Kanal mit dem Empfänger hat. Man sendet dem Empfänger die Gelder nicht direkt, da sie im Kanal eingebunden sind. Stattdessen sage ich quasi Bob, dass er Geld an Alice senden soll, während ich ihm den gleichen Betrag in unserem Zahlungskanal erstatte. Bob erhebt dabei außerdem eine kleine Gebühr, die Weiterleitungsgebühr oder Routing-Fee, damit er einen Anreiz hat, die Transaktionen für mich durchzuführen. Das alles funktioniert unter der Haube, ohne dass ich etwas tun muss und ist aufgrund der Art der beteiligten Hash-Time-Lock-Contracts völlig vertrauenslos. Ein Hash-Time-Lock-Contract ist eine Art von Smart Contract, der in Blockchain-Anwendungen verwendet wird, um das Gegenparteirisiko zu eliminieren, indem er die Durchführung von zeitgebundenen Transaktionen ermöglicht. In der Praxis bedeutet dies, dass die Empfänger einer Transaktion die Zahlung innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens durch einen kryptografischen Beweis bestätigen müssen. Andernfalls kommt die Transaktion nicht zustande. Man weiß eigentlich nicht einmal, wessen Kanäle man benutzt, weil es alles hinter Onion und Tors Privacy-Technologien steckt. Das Lightning-Netzwerk zu knacken hat übrigens die gleiche Prämie, wie das Monero-Netzwerk zu knacken, was der wohl stärkste Privacy-Coin ist. Durch das Tabroot-Upgrade im November wird sogar die Abrechnung auf der Blockchain einen großen Gewinn an Privatsphäre haben, da eine Multisig-Transaktion aus einem geschlossenen Lightning-Kanal dann genauso aussehen wird wie eine reguläre Transaktion. Dies zeigt auch, dass Lightning nicht custodial ist. Es ist nur eine Multisig-Adresse, für die niemand sonst zuständig ist. Und es macht bereits eines deutlich. Das Lightning-Netzwerk wird polynomial nützlicher, je mehr Knotenpunkte beteiligt sind. Viel tiefer werden wir nicht in die technische Ebene einsteigen. Später bei dem Problem wird es nochmal etwas technischer. Wenn ihr die Funktionsweise des Protokolls aus einer Informatiker-Perspektive besser verstehen wollt, kann ich euch Andreas Antonopoulos' YouTube-Präsentation sehr empfehlen. A Technical Introduction to the Lightning Network bei WeAreDevelopers2020. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Sprechen wir als nächstes ein bisschen über den Wachstum und die aktuellen Trends, die es im Kontext Lightning-Netzwerk so gibt. Denn da gab es zuletzt wirklich sehr, sehr gute News. Eine große News war die Ankündigung von El Salvador, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, was übrigens in wenigen Tagen in Kraft treten wird und sehr stark vom Lightning-Network abhängen wird. Mehr und mehr Börsen wie Paxful, Kraken und OKEx greifen zudem auf Lightning zurück oder haben dies angekündigt. Lightning Labs sammelte außerdem weitere 10 Millionen Dollar ein, um zum Protokoll beizutragen und Substack kündigte an, dass sie Zahlungen über Lightning akzeptieren werden. Unsere Partnerschaft wird es den Urhebern von Inhalten im gesamten Substack-Ekosystem ermöglichen, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren und die Einnahmen in Bitcoin zu behalten oder in die bevorzugte Währung umzuwandeln. Autoren und Podcaster sind zu Substack geströmt, um kreative und finanzielle Freiheit wiederzuerlangen und Bitcoin ist eine natürliche Ergänzung. Es sieht aktuell einfach so aus, als würden alle relevanten Zahlen nach oben gehen. Nodes, Kanäle, Kapazität. Dies sind die Wachstumszahlen der letzten 30 Tage. Ich meine, seht euch nur diesen Graph an. Das sieht schon alles sehr vielversprechend aus, oder nicht? Es ist nicht mehr nur die Zukunft. Lightning ist jetzt da. In einem Artikel mit dem Titel The Lightning Network is Approaching a Suddenly Moment, der sie auf die allmähliche und dann plötzliche Natur von Technologie und Protokollen bezieht, schrieb Marty Bent das folgende. Die Offensichtlichkeit der Überlegenheit des BTC-LN-Stacks zur Erleichterung nativer Zahlungen im Web wird so eklatant sein, dass es eine Flut von Implementierungen geben wird, die von Unternehmen vorangetrieben werden, die Sets in ihre Produkte integrieren wollen. Und das könnte sehr wohl wahr sein. Stehen wir vielleicht vor einem gewissen Tipping-Coin in Richtung Mainstream Adoption. Was meint ihr? Kurz gesagt, das Lightning Network hat in den letzten Monaten einen weiten Weg zurückgelegt und es scheint nur noch aufwärts zu gehen. Wenn mehr Unternehmen beginnen, Bitcoin im täglichen Leben zu akzeptieren, wird die von Lightning bereitgestellte Infrastruktur entscheidend dazu beitragen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Aber keine Sorge, ich werde den Hype-Train gleich früh genug verlassen, um über die bestehenden Probleme von Lightning zu sprechen. Dennoch denke ich, dass das Wachstum und die Entwicklung dieses Open-Source-Protokolls es verdient, auch mal kurz gefeiert zu werden. Eine schöne grafische Darstellung des Lightning-Netzwerkes kann man sich auf ellenrouter.app.graph ansehen. Dabei wird auch visualisiert, welche Knotenpunkte wie viele Zahlungskanäle haben. Bevor ich über die verschiedenen Lightning-Anwendungen spreche, die es mittlerweile gibt, und das sind schon eine ganze Menge, möchte ich einen kurzen Exkurs zu Node-Implementierungen und Wallets geben, die euch den Einstieg erleichtern können. Die einfachste Verwahrungslösung ist wahrscheinlich Wallet of Satoshi. Diese ist für iOS und Android verfügbar. Es ist jedoch ein zentralisierter Dienst, der eure Bitcoin speichert. Ich bevorzuge Non-Custodial-Wallets. Zu den beliebten gehören Phoenix, Moon, Breeze, Blue Wallet und viele andere, obwohl die letzte nicht standardmäßig nicht Custodial ist, wenn es um Lightning geht, soweit ich weiß. Not Your Keys, Not Your Coins gilt für Lightning genau wie für Bitcoin. Für kleine Zahlungen an Freunde, bei denen man nicht unbedingt volle Privatsphäre, Zensurresistenz und all die anderen großartigen Bitcoin-Funktionen benötigt, können Custodial-Wallets aber dennoch ein guter Ausgangspunkt sein, um sich mit Lightning-Transaktionen, Invoices und mehr vertraut zu machen. Sie bieten oft ein besseres Benutzererlebnis, da man sich weniger Gedanken darüber machen muss, was unter der Haube so vor sich geht. Wenn ihr allerdings die nächste Stufe erreichen wollt, solltet ihr eine Bitcoin- und Lightning-Node in Erwägung ziehen, die heutzutage sehr einfach zu betreiben ist. Umbrel ist extrem einfach auf einem Raspberry Pi zu installieren und benötigt wirklich nur ein paar Minuten zur Einrichtung. BTC Sessions hat auch ein fantastisches Video darüber gemacht, wie man eine Lightning-Node betreibt. Und Umbrel hat auch einen App Store, der einige Apps anbietet, die ihr für ein besseres Kanal- und Liquiditätsmanagement, Datenvisualisierung und so weiter nutzen könnt. Apropos Apps, es gibt eine ganze Reihe an Anwendungen, die das Lightning-Netzwerk nutzen und einige davon sind wirklich ziemlich game-changing. Das beste Beispiel ist Strike, das in El Salvador eine wichtige Rolle spielt, und ich erwarte, dass es ziemlich schnell zu einem weltweiten Phänomen wird. Strike ermöglicht Währungsumtausch in Echtzeit. Das bedeutet, dass man beispielsweise von den USA aus Dollar in die ganze Welt schicken kann, und zwar sofort und ohne Gebühren über das Lightning-Netzwerk und der Empfänger beispielsweise in Deutschland erhält Euro, also seine lokale Währung. Das funktioniert, indem man Bitcoin mit Dollar kauft, die Bitcoin über das Lightning-Netzwerk verschickt und dann am Zielort für Euro verkauft. Alles innerhalb einer Sekunde. Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich große Sache, und möglich wird das alles erst durch die Offenheit des Netzwerkes, das vollständig interoperabel ist. Ich habe den folgenden Clip schon mal gezeigt, aber ich zeige ihn noch einmal, weil er aufzeigt, was mit einem offenen Netzwerk, auf dem jeder aufbauen kann, möglich ist, wenn man es versteht. Ich meine, wir haben so viele Nodes all über die Welt. Es ist easy. Again, ich meine, das ist Geld, das ist Software. Wenn es etwas ist, wir können es nicht, wir können es, wir können es. Ich meine, wir wollen es, wir wollen es gegen Engineering. Und beten gegen Engineering ist beten gegen Humanity und Human Life itself. So, no, wir können es. Wir wollen es gegen Jack Mallers. Ja, und hier ist die andere coolste. Wir haben unsere eigenen Lightning-Netzwerk, Lightning selbst ist Open Source. Ihr könnt auch Implementierungen des Netzwerks erstellen und es gibt mehr als eine, wie L&D, Eclair oder C-Lightning, die alle durch das BOLD-Protokoll miteinander interoperabel sind. In der Tat ist Lightning ziemlich unabhängig von Bitcoin. Man könnte es auch auf Ethereum oder anderen Kryptowährungen aufsetzen. Die Kryptos benötigen lediglich Multisig-Funktionen sowie Hash-Time-Logs. Eine weitere interessante App ist Swings Chat, ein Echtzeit-Chat, in dem man auch Lightning-Zahlungen sofort versenden kann. Und natürlich profitiert Swings von der Privatsphäre des Netzwerkes. Nachrichten sind für Außenstehende komplett unsichtbar. Aufgrund der Dezentralität kann nicht einmal Telegram oder Signal mithalten. Twitter denkt auch darüber nach, Lightning entweder in Twitter selbst oder in den kommenden dezentralen Standard namens Blue Sky zu integrieren. Schließlich will Jack das Bitcoin die native Währung des Internets wird. Twitter wäre ein guter Ausgangspunkt, um Millionen von Nutzern mit Lightning vertraut zu machen. Als ein Twitter-Nutzer Jack speziell danach fragte, antwortet der Twitter-CEO, nur eine Frage der Zeit. Man könnte auch BitRefill oder Fold verwenden, um viele verschiedene Geschenkkarten über Lightning zu kaufen, die man dann in den jeweiligen Geschäften verwenden kann. Oder Moon benutzen, um mit Lightning überall dort zu bezahlen, wo Visa-Debit-Karten akzeptiert werden. Den Bitcoin-Standard zu leben, wird jeden Tag einfacher. Etwas, das mit dem derzeitigen Bankensystem gar nicht möglich ist, ist das Geld-Streaming. Mit Lightning kann man sekündlich für eine Dienstleistung bezahlen und das Geld dafür sofort ohne Batching senden. Dies könnte neue Geschäftsmodelle für das Streaming von Inhalten, das Spielen von Videospielen in der Cloud oder für was auch immer ihr euch vorstellen könnt schaffen. Es ist unmöglich, alle Lightning-Anwendungen aufzuzählen, da die Liste immer länger wird. Second- und Third-Layer-Anwendungen werden UX-Probleme lösen und das Bitcoin-Netzwerk verbessern, während das Sicherheitsmodell die unveränderlichen Konsensregeln und die Wertvorstellung erhalten bleiben. Und ja, ihr habt natürlich recht. Das Ganze klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Also, wo liegen die Probleme? Das Wichtigste zuerst. Lightning ist vom Funktionsumfang weder komplett, noch ist es meiner Meinung nach bereit für den Mainstream. Schließlich handelt es sich um eine neue, komplexe Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Die meisten Entwickler werden euch sagen, dass es noch viele Probleme gibt, die zwar technisch schwierig, aber nicht unlösbar sind. Andernfalls würde es für einen Entwickler auch keinen Sinn ergeben, überhaupt einen Beitrag für das Lightning-Netzwerk zu leisten. Ein Problem ist die Liquidität der Kanäle, die damit verbundenen Grenzen und die damit verbundene Nutzererfahrung. Es ist nicht wirklich intuitiv, dass man einen Kanal mit jemandem öffnen muss, den man vorher mit Liquidität füllt, bevor man mit dieser Person Transaktionen durchführen kann. Aber auch dieses Problem wird weniger problematisch, je mehr Knoten und Routen es im Netz gibt. Jeder Teil der Route muss jedoch über ausreichend Liquidität verfügen, um die Transaktion durchführen zu können. Wenn ich 100.000 Satoshis an jemanden schicken will und dazwischen ein Knoten liegt, der kein 100.000 Satoshis im Zahlungskanal zum nächsten Empfänger hat, ist die gesamte Route ungültig, weil es nicht mehr möglich ist, den Endempfänger zu erreichen. Es ist also unschwer zu erkennen, dass die Durchführung etwas größerer Zahlungen erschwert ist. Oft wird das Risiko der Zentralisierung kritisiert, das auftreten kann. Es kann Superknoten oder Hubs geben, die viele der Zahlungen weiterleiten und damit wie Banken agieren können. Dies widerspricht zwar der dezentralen Natur von Bitcoin und Lightning, bedeutet aber nicht, dass diese Knotenpunkte das Netzwerk kontrollieren. Sie bieten lediglich Dienste an, so wie Amazon, AWS und Google Dienste anbieten, die man nutzen kann, aber man kann auch seinen eigenen Server betreiben. Der beste Weg, diese Angst zu umgehen, ist also, einen eigenen Node zu betreiben und Kanäle zu öffnen. Eine eher spekulative Sichtweise, die irgendwo zwischen Lightning und Bitcoin selbst liegt, ist die potenzielle Gefahr, dass fast kostenlose Transaktionen im Lightning-Netzwerk zu einer Schwächung der Sicherheit der Basisschicht führen, weil die Miner weniger verdienen. Darüber hinaus könnte man allerdings argumentieren, dass jedes Harvening die Sicherheit der Basisschicht verringert, da die Belohnungen der Miner ja geringer werden. Dennoch ist die Hashrate gestiegen, weil der Bitcoin-Preis gestiegen ist. Letztendlich glaube ich, dass der Markt ein Gleichgewicht zwischen dem, was über Lightning und dem, was über die Basisschicht abgewickelt wird, finden wird und die Gebühren werden sich entsprechend anpassen. Zum Beispiel können die Gebühren auch höher sein, weil das Öffnen und Schließen von Zahlungskanälen eine nützliche Aktion ist. Ein Problem, das immer noch besteht und hoffentlich zukünftig seltener auftritt, ist die fehlende Möglichkeit, Routen zu finden. Dies wird natürlich auch einfacher, wenn mehr Knotenpunkte und Liquidität zur Verfügung stehen. Andererseits ist das Routing unter Wahrung der Privatsphäre eines der technisch schwierigsten Probleme überhaupt. Vor allem, weil einzelne Nodes auch lügen können, dass sie Routen haben und dann auf das Timeout der Anfrage warten können. So verzögert sich alles und das Geld findet nicht den Adressaten. Erst vor einem Monat haben René Pickhardt und Stefan Richter ein Paper mit dem Titel Optimally Reliable and Cheap Payment Flows on the Lightning Network veröffentlicht, in dem sie behaupten, die nachweislich optimale Routing-Lösung gefunden zu haben. Wie ihr also sehen könnt, wird in diesem Bereich viel geforscht. In Lightning kann es das Brass'che Paradoxon geben, wenn es um Routen und die damit verbundene Liquidität geht. Das Brass-Paradoxon ist die Beobachtung, dass das Hinzufügen einer oder mehrerer Straßen zu einem Straßennetz den gesamten Verkehrslust durch das Netz verlangsamen kann. Ein weiteres Problem ist, dass Lightning-Knoten ständig oder zumindest fast ständig online sein müssen, da man sonst nicht auf Betrugsversuche reagieren kann. Natürlich gibt es die Time-Logs, also Zeitsperren, sodass der eigene Knoten für einige Zeit offline sein kann. Aber wenn ihr die Zeitsperre verpasst, könnt ihr nicht auf eine betrügerische, erzwungene Kanalschließung reagieren. Eine mögliche Lösung für dieses Problem sind die sogenannten Watchtower. Eine dritte Partei, die eure Transaktionen überwachen kann. Dies führt jedoch zu einem weiteren potenziellen Problem. Es könnte sich auch um Spionage-Akteure handeln, die Transaktionsdaten für Marketingzwecke und so weiter sammeln wollen. Bislang scheint es wieder einmal ein Spiel mit Kompromissen zu sein. Die Privatsphäre ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man nicht weiß, wer wem Geld schickt, kann man auch potenzielle Angreifer nicht so leicht erkennen. Damit einher geht auch, dass es bei Lightning kein Cold Storage gibt. Keys sind immer online in Hot Wallets, was aus Sicherheitsgründen nicht optimal ist. Und Angreifer ist ein gutes Stichwort oder Angriffe im Allgemein. Denn davon gibt es auch eine ganze Reihe im Lightning-Netzwerk. Zum Beispiel Griefing-Attacks oder Flood & Loot. Flood & Loot ist ein systematischer Angriff. Eines der früh erkannten Risiken ist ein breiter systematischer Angriff auf das Protokoll, bei dem ein Angreifer die Schließung vieler Lightning-Kanäle auf einmal auslöst. Das resultierende hohe Transaktionsvolumen in der Blockchain wird nicht die ordnungsgemäße Begleichung aller Schulden ermöglichen und Angreifer könnten mit dem Diebstahl einiger Gelder davon kommen. Und dieser Angriffsvektor ist real. Aber es gibt Entschärfungsstrategien, an denen im Moment gearbeitet wird. Circuit Breaker, das sich noch in einem Alpha-Stadium befindet, könnte ein Element in dieser Gleichung sein. Circuit Breaker ist für Lightning das, was Firewalls für das Internet sind. Es ermöglicht den Knoten, sich vor einer Überflutung mit HTLCs zu schützen. Mit dem Circuit Breaker kann eine Höchstzahl von HTLCs pro Peer festgelegt werden. Bekannten und vertrauenswürdigen Peers kann zum Beispiel ein höheres Maximum zugewiesen werden, während ein neuer Kanal von einem bisher unbekannten Knoten auf nur wenige HTLCs beschränkt werden kann. Griefing-Angriffe haben ein ganz ähnliches Muster. Bei ihnen geht es nicht um den Diebstahl von Geldern, sondern einfach um das Spammen von Kanälen mit HTLCs, wodurch die Gelder des Opfers eingefroren werden und es möglicherweise gezwungen ist, den Kanal zu schließen, was mit einer Gebühr verbunden ist. Der Angreifer sättigt einen oder mehrere Kanäle mit HTLCs, die nicht als endgültige Zahlung aufgelöst werden können. Dabei handelt es sich um eine besondere Art von HTLCs, die als HODL-Rechnungen bekannt sind. Nur 483 dieser ungelösten HTLCs sind erforderlich, um einen Kanal pro Richtung zu überwältigen. Sobald sich diese HTLCs im Kanal befinden, sind alle Transaktionen, die dieselbe Kanalrichtung verwenden, unmöglich, einschließlich einer Transaktion zur kooperativen Schließung des Kanals. Die Forderung eines Lösegelds zur Beendigung des Angriffes oder die Unterbrechung einer bestehenden Route, um andere über die Route des Angreifers zu führen, könnten Motive des Angreifers sein. Die Begrenzung der Anzahl der HTLCs auf eine pro-peer Basis scheint auch hier wieder die Lösung zu sein. Die dem Netz innewohnende Privatsphäre macht dies jedoch schwieriger. Sicherlich kann man die Anzahl der HTLCs eines Peers begrenzen, der ein Spammer zu sein scheint, aber man hat keine Ahnung, ob er selbst der Angreifer ist oder ob er den Angriff nur von jemandem weiterleitet. Um an der Stelle nochmal eines klarzustellen, ich möchte die Angriffsvektoren nicht beschönigen. Es gibt sie, sie sind real und es gibt keine einfache direkte Lösung für sie. Viele Probleme, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen, werden in Zukunft erst gefunden werden. Wenn man jedoch Entwickler und Computerwissenschaftler an die Probleme ansetzt, kann man zuversichtlicher sein, dass Lösungen gefunden werden. Und nach dieser Auflösung von Problemen und offenen Fragen können wir zu dem Punkt zurückkehren, an dem ich diesen Abschnitt begonnen habe. Meiner Meinung nach ist das Lightning-Netzwerk noch nicht reif für eine breite Akzeptanz. El Salvador wird ein interessantes Testszenario sein. Es fehlen noch viele Funktionen und es treten noch viele Fehler auf. Es ist erst ein paar Jahre alt und befindet sich daher noch in einem experimentellen Stadium. Ich bleibe jedoch zuversichtlich, dass Lightning die gewünschte Skalierbarkeit mit sich bringt. Das jüngste Wachstum und die steigende Bekanntheit unterstützt diese Hoffnung. Und ich denke, das ist ein gutes Fazit zu diesem Video. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, denn mich interessiert, was ihr von Lightning haltet. Benutzt ihr es? Betreibt ihr vielleicht sogar eine eigene Note? Was denkt ihr zu den verschiedenen Problemen, die ich vorgestellt habe? Oder dem gesamten Wachstum, das aktuell stattfindet? Lasst es mich gerne wissen und dann können wir in den Kommentaren weiter dazu diskutieren. Falls euch das Video gefallen hat und ihr etwas Neues dazugelernt habt, würde ich mich außerdem natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, das wäre natürlich auch schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.